So geht es weiter. Einer von uns lügt. Es ist einfach nur krass, dass mit diesen 2000 Euro das immer noch nicht raus ist. Eskalation! Ich bin am Ausflippen. Ach, es macht einfach Spaß, alles hier. Kommt, ihr seid, ich mach weiter! Du hast Scheiße gebaut. Du hast Scheiße gebaut. Scheine Gugel, ihr Naubo! Was ist da los, Mann? Bitte lasst nicht das Lügner-Couple gewinnen, okay? Danke.